So, dann beginnen wir mal mit der Forstarbeit. Zack. Wir werden uns ja rotieren. So, wir werden uns jetzt Werkzeug aktivieren. Wie muss ich denn die drehen? Ach, hier. Halt. So. Halt, guck doch mal weiter nach unten. Äh, drucken. Zack. Achtung, Baumfeld. Hab sie auf dich. Hab doch nen Schnitt gemacht. Den muss gedrückt halten. Kann mal den Pick-Up hinfahren. Hä? Wohin? Jetzt hier, hier, wo wir die... ...die Bäume fällen gerade. Na, der steht doch hier. Der steht hier genau daneben. Warum ist deiner schon entastet? Oh, hast du gleich den großen um, ja? Mich verarschen, du scheiß Baum. Alter. Ey, ey. Hallo. Hallo. Was denn? Der ist noch viel zu lang. Ich weiß. So, Baumfeld. Wo ist er denn? Alter. Autsch. Das ist ja gerade lustig aus einer übelst lang das Ding. Oh. Warte mal. Ich muss mal kurz in den Pick-Up einsteigen. Halt. Ladefläche aufmachen. Nein, das zu. Zumachen? Aber die, die passen nicht rein. Nicht gesägt, passt nicht rein oder was? Das, was hier liegt, passt nicht rein, ne? Oder, warte mal, ich versuch nochmal. Mensch. Doch, passt rein. Sehst du, Herbsi? Nein, ich hab's mal entlasten. Ja, das ist ja scheiße, dass man das nicht sieht. Für mich spazierst du da bloß rum mit dem Ding. Haltfläche Knopf. Ah, 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 au. Warum kann ich das heute nicht aufheben? Vielleicht zu schwer? Nee, die Funktion wird immer ganz angezeigt. Hä? Na, war ein Ticken zu lang, der eine, ne? Nee, nee, passt. Legen einfach hinten so rein, der Gartenlage. So. So. Ja, perfekt. Habe ich gut ausgemessen, ne? Alter. Aber ich will den gerade reinlegen. Oh. Ja, jetzt liegt es zumindest mal gerade vom Pick-up. Ja, nicht... Ich will den Pick-up anheben. Oh, blöd, blöd, dass ich die Dinger nicht drehen kann, ne? Ah. 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 Wirklich, das ist zu schwer. Ah. Weil im Bosa steht bei mir gerade bloß hier rum. Ja, ich kann nicht aufheben. Du stehst bei mir hier bloß im Pick-up. Ne, ich nicht. Ne, ich nicht. Und jetzt? Äh, Objekt fallen lassen. Ah. 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 Oh, Objekt zu schwer, den müssen wir mal noch Klein machen. Ah, wie kann ich den denn in Scheiben schneiden? Naher? hier sticht noch was häh? Irgendwie? Wenn er sich da drauf fliegt häh? häh? Ja, ich hab Paul! Oh nenee! Mann! Was? Ich glaube dieser ist zu lang, der kriegt ihn nicht rein Ich hab das das so lang, hier krieg ich nicht rein Äh wo ist das denn hin? Ach ja Halt,halt,halt,halt... Halt,halt,halt dah,halt... Halt, bleib stehen,bleib mal stehen Da schweben wieder zwei Baumstämme in der Ladefläche. Ich glaub mehr geht nicht. Hänger hängen wir dann nicht runter. Komm, das geht schon. Was denn? Kann man die nicht festzuhren oder dort im Pick-up. Ach, die fallen runter oder was? Ja klar. Mach das scheiße. Dann feierst mal. Oder hol den Clean Hänger. Wir müssen mal den Clean Hänger herholen. Ah, das ist doch perfekt drauf gefallen. Das ist echt doof, dass man das nicht sägen hört. Warte, ich mach weg. Lass sie gucken mal. Warte, ich muss grad sägen. Der ist zu schwer hinten, der kippt nicht nach vorne. Vorredner ist nein nicht frei. Geht? Ja. wo ist das andere stück hin ich habe jetzt wieder platz auf dem pick up durch das rütteln ich habe platz durchs rütteln wir haben ja eine der hängt halt ziemlich außen hier auf der ladekante das kann ich nicht aufheben wo bist du denn hier alter der eine genau der eine aufgespießt warte fahr mal ein stück vor genau da ist noch eine schöne lücke drin ja perfekt perfekt und tschüss wo fährst du denn hin zum zug im sägewerk ach fährst direkt hin ja ja und vollgas obwohl ich vor vollgas grad ein bisschen angst habe dass das ding hängt körper und nenni 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 niss nicht vollgas nicht vollgas die entwickelnde eigenen leben zwei vollgas so ab 100 km h ob sie bis noch da scheint nicht so